Phil Laude. Alter, eh, schon wieder 38 Grad. Winter is coming, Klimawandel Edition. Wie kann man eine Serie so beschissen aufhören, Alter? Ich schau jetzt Lost. Kannst du mir gleich die Krawatte noch richten? Klar, aber warum steht eine Einladung zur roten Hochzeit? Ich hol mein Kettenhemd. Was machst du da? Äh, ich lass Drachen steigen. Ruhig, Nepomuk. Ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Der will nur spielen. Oh, nee, der will fressen. Äh, nee, Nepomuk. Fäkalien, Gewalt, Nacktheit. Find's aber gut, dass Johnny Depp jetzt gewonnen hat. Ich krieg noch 12 Euro von dir für die Pizza. Ein Lannister begleicht stets seine Schuld. Also? Bro, ich bin kein Lannister, ich bin ein Laude. Von mir kriegst du 11,99. Mhm. Ach, total nett. Ein guter Freund hat mir geschrieben. Was hat er dann geschrieben? Hodor. Hodor, 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 Hodor. Und was machst du da? Ich warte auf den Release von House of the Dragon. Das dauert doch noch voll, oder? You know nothing, Sandro. Wenn ich 20 Sekunden nach Release nicht eingeschaltet hab, werd ich gespoilert. Wie hast du mich grad genannt? Sandro. You know nothing, Sandro. Ah, ja, Jon Schnee. Was? Ich bin aus dem Hause Targaryen. Feuer und Hitze macht mir nichts aus. Ja, dann zeig mal. Wie? Ja, pack mal die Hand auf die Platte. Na komm. Brauchst du einen Krankenwagen? Ja. Boah, Wildlinge. Meine Wacht beginnt. Den kriegt ihr nicht wieder. Komm ja nicht zu nah. Ja, renn schön nach Hause, jetzt heulst du wieder. Jenga, gib doch den Kindern den Ball zurück. Das sind keine Kinder, das sind Wildlinge. Ist es eigentlich ein Spoiler, eine Rolle mit Sean Bean zu besetzen? Warum? Weil der immer stirbt. Danke für den Spoiler, ne? Du weißt ja nicht mal, wen der spielt, oder? Nee. Ja, wünsch dir eine schöne rote Hochzeit, Arschloch. Rote Hochzeit? Da-da, Da da, Da-Da, Da-Da-Da Da. Da-da, Da-Da-Da-Da-Da. Da da, Da-Da, Da-Da, Da-Da-Da. Da-Da, Da-Da-Da-Da. Ich film auch keine rote Hochzeiten. Besser ist es. Sars Lannister ist Regentin, Tywin ist Hand des Königs, wird aber vertreten durch Tyrion und Lord Peter Belys ist Meister der Münze. Und wer ist unserer Wirtschaftsminister? Keine Ahnung, Alter, was fragst du mich für komisches Zeug? Mein Lieblingscharakter? Joffrey. Ist das nicht voll das arrogante Arsch? In Staffel 5. Was war noch mal in Staffel 5? Shame. 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 Hast du auf Deutsch geguckt, oder was? Schande! 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 Ist das nicht aus dieser Werbung? Halt's Maul. Klar kann ich den Eid der Nachtwache auswendig. Hört meine Worte und bezeugt mein Eid. Die Nacht zieht auf und die Wacht beginnt. Ich will meine keine Frau nehmen, keine Kinder zeugen und kein Land besitzen. Krass, dann hast du doch auf Deutsch geguckt. Shame. 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 Erwischt. Was ist bei dir grad so los? Meine Großtante ist gestorben. Jungs, Spoiler doch nicht. Und mein Beileid. Ja. Danke. Weil er mal gut ist. Und? Schreibt, schreibt, schreibt immer noch. Schreibt dir deine Mutti eine WhatsApp, oder was? Nein. Ich fahr auf das neue Buch von George R.R. Martin. Was ist das denn? Okay, krass, Alter. Boah, nee, das ist jetzt aber nicht so eine Sache, wo ich in deinen Kommentaren zerfleischt werde, oder? Oh doch, Bruder. Das wird deine rote Hochzeit. Die Kommentarspalte wird deine rote Hochzeit. Also ich mach so einmal die Woche in den Game of Thrones Marathon. Das sind doch knapp 73 Stunden am Stück. Ja, du hast schon recht. Theoretisch könnte ich es zweimal schaffen. Aber ich muss ja auch noch aufs Klo essen. Oder trauern. So tapfer die Tür gehalten. Bro, ich hab gelesen, in Hunsrück hatte jemand was mit seiner Schwester. Okay. Und danach hat er seinen Vater umgebracht. Okay. Und dann einfach mit einem Drachen die ganze Stadt abgeflemmt. Okay, aber wo ist die Nachricht? Ja, dann hat er Game of Thrones auf Deutsch geschaut. Boah, was für ein widerliches Monster. Mhm. Wah! Shame. 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 Wir müssen los zum Cosplay-Event. Okay. Alter, wo ist denn dein Outfit? Alter, wo ist denn deins? Ich geh als Game of Thrones Charakter, hab ich doch gesagt. Ja, du bist nackt. Ja, wie alle in Game of Thrones. Also, zieh dir was an. Oder aus. Und dann sind wir insgesamt bei einer Rechnung von 236 Euro. Ihren Namen, bitte? Äh, ich bin niemand. Ihren Namen? Ähm, ein Mann hat keinen Namen. Wie? Sie haben keinen Namen. Schreiben Sie es doch einfach auf die Liste von Arya Stark, bitte. Das Spannende an Game of Thrones ist, du darfst dich in keinen Charakter zu sehr verlieben, weil die alle jederzeit sterben können. Ah. Wie in einem Phil Laude-Sketch. Äh, was? Nichts. Hä? Hm? Äh, was ist eigentlich in dem Wein drin, den du mir komischerweise gegeben hast? Gar nichts. Oder? Alter, was war denn das für ein beschissenes Ende? Schreiben die Autoren von Lost jetzt für Phil Laude, oder was? Hier geht es zu Star Wars, hier geht es zu Cinema Strikes Back. Sandro filmt jetzt die rote Hochzeit. Oh nein, ich hasse Hochzeiten-Filme. Die wirst du richtig hassen, Bro. Äh, tschüss.